hallo und herzlich willkommen zum neuen rück durch meinen kanal nicht blacktail ich weiß nicht wirklich wissen sie erwartet wenn man schaut mir mal ein neues spiel sprachdeutsch fast untertitel sollt man das soziale fast natürlich dann auch jetzt geendet ich glaube ich kann es ein tick heller machen noch erst ist die frage macht eine abend für die story die welt und zum letzten spiel erleben das machen wir einfach abend wahrscheinlich für sie für spiel zu bereuen das ist die frage macht Meine Freundin schlug aus der Stadt. Ich folgte sie, wie ich immer gemacht habe. Ich nahm mein Brot. Hat der sein Gedanke. Komm der kurz hin. Was ist vor allem? Was ist vor allem? Rose. Ich nehme das mit. Sag mal mit. Ich hoffe, dass... Noch ein bisschen mehr erklärt. Natürlich typische Bögen, ein paar Stöcke und Federn. Äh, Bögen ist eigentlich schon für Pfeile. Und ein bisschen Arbeit, um sie zusammenzubringen. Okay. Äh... Okay, wir werden bestellen uns. Bestellen wir mal das Maximum her, was wir überhaupt... Können. Können. Kannst du es sehen? Siehst was? Der Baum. Der rote Oaken. Ich muss jetzt schon sagen, noch ein erstes Blick wirkt... Relativ... Wie in Märchen. Wie in Märchen. Ob wir schießen. Okay, wir können schnell Schuss, Weitschuss, Kraftschuss... Ok, einmal kurz, äh, C um kurz Distanz abzufeuern. Jetzt hier halt nochmal lange Distanz abzufeuern. LTE gedrückt, bis sein langen Distanzschuss aufgeladen ist, der kritischen Schaden verursacht. Ok. LTE gedrückt und C in halte B gedrückt, um den Schuss abzubrechen. So ist so. LTE gedrückt, um den Schuss abzufeuern. Wenn etwas schlechtes passiert, immer auf die Red Oak zu gehen. Ich werde dich dort treffen. Äh, Zora? Was ist es du? Du? Ich kann nicht einen Sekunden ohne einen Schuss über deine Nacken. Wie geht es denn, dass du endlich über deinen eigenen Weg gehst? Äh, ok. Und wir haben ein Zeitlimit. Wie geht es um klettern? Wie geht es um klettern? Ähm... Ich gerne mal wie geht es um klettern. Ich wollte nur überleben. Und das ist der Kosten. Ich versuchte immer, was gut ist. Für mich. Versuch ist alles, was du immer tun kannst. Was ist falsch mit dir? Du hast alles falsch gemacht. Du hast alles falsch gemacht. Once upon a time, da war ein Freak. Mit kein Gesicht. Oh, wow. Wie viel länger du willst sein? A nobody. Du einfach folgst in deine Frau's footsteps. Wie weit gehst du, wenn sie nicht dabei ist? Zora hat einen Plan. Sie hat einen Plan. Sie hat einen Plan. Es ist Zeit, du hast einen Plan. Plan. Du willst hier, in den woods? Du kannst nicht von Baba, Prinzessin. Ich muss nur die Red Oak finden. Die Red Oak finden. Die Red Oak. Wenn irgendwas falsch passiert... Stop es! Dann vergiss die Goddamn Oak. Was du wirklich willst finden ist... Die Hutt. Was? Ich... Was ist eine Angelegenheit in deine weißige Hutt? Die Hutt? Die Hutt! Die Hutt! Juste ein schlimmer Schmer. Ich habe keine Abendessen gingen, wenn ich nicht so gut nachdem. Okay, ich weiß jetzt nicht wie wenn das eine Ausführung hat, Sauber? Ah, Fähigkeiten, versteh schon. Er hat ja auch die maximale Vitalität. Holzpfeil um. Okay, ich weiß nicht, habe ich schon Fähigkeitspunkte irgendwo zu verteilen? Ich glaube nicht. Tagebuch Hör zur Schweifung Er wurde in seltsamen Träumen eingesucht. Sie hörte ihre Schwester nach ihr rufen. Sie hat die Roze Eiche gesehen, einen sicheren Rückzugsort an den sie sich in düsteren Zeiten getroffen hatten. Sie hörte eine bewundruhigende Stimme, die sie anwies die Hütte zu finden. Aus ihrem Dorf Verstoß und Zusammenarbeit mit Hexe Baba besichtigt, brach sie auf um ihre Schwester und ihre Freunde zu finden. Aber eins nach dem anderen. Zuerst musst du jetzt was zu essen finden. Okay. 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 Merklich. Moral. Wollt führe gute oder böse Taten, um deine Moral richtig zu gehen. Deine Moral wird einigen von deinen Fähigkeiten beeinflussen. An einem gewissen Ort wirst du bei jedem Besuchern eine Urzelle fahren, das deine Moral beeinflusst. Okay. Äh. Böse Taten. Wir sind schon mal... Okay. Das heißt, es hat schon einen Teil der Moral beeinflusst. Ich... Keine Ahnung, was das jetzt... bewirkt hat oder nicht bewirkt hat. Gegenhandslust nach dem Tod mit deinen geringen Wahrscheinlichkeit Blutkugeln, mit denen du deine Vitalität generieren kannst. Ja. Äh. So. wir haben einen Hut worthometer... Ich glaub das Spiel Andreas ist relativ... sehr gut. Großräumig. Ach ja ... Es wirkt nach einer relativ großen digitale. Okay. Äh. Ehh. Elan. Melilli. Aber ich will immer die Nachtgeistungen verommen. Letztesens schon morgen die Inhalte im Jenen gibt. Nicht, dass es nicht so ist und es passiertlos? Papa the witch started snatching kids from the village. Orgo, Slavica, Dragoi. Äh, Pfeil feststellen. Kommt nicht so viel Stöcke. Okay, das wird dann zweifeln funktionieren schon gut. Ja, ich glaube da brauche ich noch ein bisschen länger bis ich da reinkomme. Es wirkt doch gerade ein bisschen langsamer vom Zielen her. Ja, geht das hier vielleicht? Störung? Fälligkeit? Ein bisschen überdrehen. Äh, das ist aber ein bisschen wenig. Naja, geht schon ein bisschen besser. Ist zwar nicht perfekt. Okay. Okay. Einfach so... Tiere abzuschießen. Und schalte das schon immer... Moral. Beziehungsweise beeinflusst die Moral. Nachdem wir sowieso böse sind... Was hatten wir überall gut? Du hast mehr Ressourcen aus der Umwelt. Den Rest wissen wir ja noch nicht. Okay. Wollen wir, ähm, den Alman nach? Wollen wir quasi alles, was sie gesehen haben, niedrig geschrieben wird. Das Kraut, Apfelgabe, den wir natürlich... Ein und eine Alchemie... Und eine Alchemie Zotat. Egal. Fähigkeiten... Fähigkeiten haben wir noch nicht zu 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 sagen. Oh, es gibt Flüche. Okay. Ähm... Dieser Fluch erfordert drei verschiedene Fähigkeiten. Warbeschlagnung. Zieger, um vorgeschlagen zu werden. Dieser Fluch erfordert zwei Ziegenfähigkeiten, um freigeschaltet zu werden. Dieser Fluch erfordert drei arme Fähigkeiten, um freigeschaltet zu werden. Und dieser Fluch erfordert zwei Schlangenfähigkeiten, um freigeschaltet zu werden. Okay. Äh... Ich... Leider, dass du uns dann noch erklärt. Wir sollen... Ich weiß jetzt nie mit auf sich. Ich kann mit dem Herz hier gar nicht... Wir machen gar nichts zu. Ich hab... Ich hab auch keine Pfeiler mehr. Oh... Es ist ein großer. Ich hoffe, ich kann es runternehmen. Ich hoffe, ich kann es runternehmen. Okay... Wir sollen... Kustallen oder was ist das? Sagt sie nichts. Ja, vor allem wenn wir das reden. Das ist ja unsere Aufgabe. Ja, das war fast... klar... ... Okay... Haben wir eine Spur? Haben wir eine Spur? Ich hab noch nicht... Lauf mir einfach... ... in die Richtungen, die es hier auch gelaufen ist. Ja, war klar. Ja, das Ding läuft doch im Kreis. Weißt du, wenn ich in die andere Richtung lauf? Ich hab vielleicht Glück. Okay... Ich dachte, vielleicht wär das ja jetzt wieder auf der Wiese. Also... Okay... Was hatten wir ja... Okay... Okay... Karte... Ist das? Aktuell küsst... Ja... Ich hab noch vorher schreien. Kann ich da nicht einfach zurückgehen? Muss ich hier ein neues Lager machen. Das Ziel ja scheinbar hier ist. Äh... Das ist... Ich kann nicht kommen. Soll ich gleich noch zurückgehen? Kann ich hier hoch? Ich hab hier hoch. Ich muss sagen, was ist... Ich hätte besser einen Antidot fixiert. Nur in der Zeit... Ich hab mir genügt... Gegengef- Äh... Ja... Haben wir genügt schon... Warte mal denn... Na die, ich zieh einfach... Gibt es noch mehr von denen? Das sieht nicht so aus. Ich bin trotzdem... Lieber ein bisschen vorsichtig. Wird es jetzt doch sagen können, dass das Skripte ist und ich gleich gebissen werde. Ich könnte die Ziele frei haben. In der Weise... Ich hab jetzt gerade... Okay... Habt's eigentlich grad, dass es so... Da ist auch noch im Ziel, da? Leute haben mich immer verholt, Papa. Er kalt mich ein... 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 Zora hat auch verschwindet. Es gibt niemanden mehr, um den Engel-Mob wegzunehmen. Also, hier bin ich. Findung meine Freundin ist meine einzige Option. Ich muss nach dem Red Oak kommen. Nämlich das irgendein Tier wäre, was gefangen wurde. Das sieht so aus, wenn wir wieder zurück beim Lagerfeuer. Jetzt möchte ich mal ganz kurz... Wir brauchen ja die Blumen hier auf den Schreien, scheinen wir. Was macht das? Sprecherworte, okay. Gut zu wissen. Ja, schreien haben wir jetzt. Oh, komm, da sind Sprecherworte. Und äh... Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, wie das mit dem Oral funktioniert. Also wir haben hier unten so eine komische Leiste, wo halt alles von niederträchtig bis großzügig steht. Und... Zum Regler, dass ich scheinbar dann die Richtung bewegt, die wir einschlagen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie das hier mit dem Bonus ist. Ja, dass ich mir auch noch die Tarten, die wir verbracht haben. Ich hab' noch mehr machen können. Ich hab' mal ja... Und... Und... Ulf, und Falle, Fugfalle, Fernliegel. Ich hab' grad' geschauen, was passiert, wenn wir da jetzt warten vorgemachen. Das würde mich grad' mal interessieren. Ob das muss ich halt nochmal hier rumzulaufen. Oder einfach gut treffen. Äh... Ich hab' da auch irgendwo... Ein paar... ...farmlose Fögel. Okay. Das hier scheinbar nichts. Ich glaub's, vielleicht gibt's da noch mal irgendwie einen Bonus. Aber dem ist scheinbar nicht so... Was hat's mit diesen komischen... ...Rollenaufsicht? Nee, hier sind ja scheinbar sehr viele von denen versteckt. Ach, nehmen wir dann, das ist auch irgendwas mit ne... ...mit der Sage hier zu tun hat. Ich sag' eine Legende. Ich seh' schon fast das Glöchchen. Ja, so genau kenn' ich mich da auch nicht aus. Ja. Ja. Die Jahre wiederholen sich grad' die Eulen... ...beziehungsweise die... ...Eulen-Startsform. Na gut. Allerdings ist es zuvor, das hierbei zu machen, weil ich den Partner der Sherlock schon beendet. Ich danke euch jemals zu sehen. Nächste Merchung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das sollt, könnt ihr euch gerne auch abenteuerlassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Blacktail Video. Ciao.